Südafrika. Für viele war es lange ein Land der Träume. Nelson Mandelas Wahl zum ersten schwarzen Präsidenten machte es zum globalen Hoffnungsträger. Doch seitdem ist einiges zusammengebrochen. Das ganze Land wird ausgeplündert. Von den eigenen Politikern. State-Catcher nennt man das. Kaperung des Staates. State-Catcher ist Organized-Krime. Und in Organized-Krime gibt es ein whole Syndicate. Im Zentrum der Plünderung? Staatskonzerne wie der Stromproduzent Eskom. There were at least four different crime-cartels operating in Eskom. Die Folge? Im Land gehen die Lichter aus. Und Widerstand ist sehr gefährlich. Was geht davor in Südafrika? Wie konnte das Land in solch eine Lage geraten? Wir gehen auf die Suche nach Antworten. In Sharpeville, südlich von Johannesburg, treffen wir auf eine Bürgerwehr. Freiwillige, die etwas eigentlich Selbstverständliches schützen. Ihre Stromversorgung. Das Starkstromkabel dieser Anlage, das die Gemeinde versorgt, besteht aus wertvollem Kupfer. Immer wenn kein Strom fließt, kann das Kabel gefahrlos durchtrennt werden. Der marode staatliche Stromversorger Eskom muss immer häufiger den Strom abstellen. Landesweit. In der Dunkelheit beginnt die Stunde der Diebe und Räuber. Die Männer vermuten kriminelle Eskom-Angestellte hinter den Diebe. Ihr Einsatz ist gefährlich, denn in Südafrika wird manchmal schon für ein paar Cent scharf geschossen. Wenn der Strom wieder eingeschaltet wird, sind die Männer am Ziel. Das Kabel ist wieder durch Starkstrom geschützt. Für heute. Jede Schicht endet mit einer Warnung an die Gegner. Ganz Südafrika leidet seit Jahren unter einer massiven Stromkrise. Nahezu täglich wird der Strom abgestellt von dem, der ihn eigentlich liefern soll. Dem einzigen Produzenten des Landes. Seit 2008 gibt es Stromausfälle mit Ankündigung. Und das in Afrikas modernster Volkswirtschaft. Loadshedding, nennt das der Konzern Eskom, kontrollierte Entlastung des Netzes. Noch nie war die Situation so schlimm wie 2023. Bis zu zwölf Stunden am Tag mussten die Menschen ohne Strom auskommen. Zu Hause und am Arbeitsplatz. Doch sind überlastete Netze der einzige Grund für die finsteren Zeiten? In Johannesburg liegt die Zentrale des staatlichen Energiekonzerns Eskom. Noch 2001 wurde er zum besten Stromversorger der Welt gewählt. Doch dann begann der rapide Verfall. Über Jahre. Schließlich wurde der Top-Manager André de Reuter berufen, um das Ruder herumzureißen. Er stieß in dem Konzern, der das staatlich garantierte Monopol auf die Stromversorgung besitzt, auf sehr spezielle Strukturen. Er stieß in dem Konzern, der sich die Stromversorgung besitzt, um die Stromversorgung besitzt, um die Stromversorgung besitzt. Und wir haben nicht viel Unterstützung von den Polizistischen Polizisten. Ich habe das mit der National-Polize-Kommissioner und auch mit der Städte-Sekürieren. Und es war ziemlich klar für mich, dass einige der Personen wussten über diese Aktivität. Dieser Widerstand gegen echte Ermittlungen legte für de Reuter nahe, dass auch hohe politische Kreise in die kriminellen Machenschaften involviert waren. Er selbst lebt und arbeitet heute in den USA. In Südafrika fühlte er sich nicht mehr sicher. Auslöser dafür war ein dramatisches Ereignis, das sich im Dezember 2022 hier in der Chefetage von ESCOM abspielte. Der Reuter bat seine Sekretärin um einen Cappuccino. Aber die Kaffeemaschine war defekt. Sie dann kamen zurück und sagte, no, 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 die Maschine wurde fixiert. Es gab ein paar Leute da und sie hat die Maschine fixiert. Hier ist ein gutes Cappuccino für Sie. Und die Milch auf dem Cappuccino war ein bisschen anders als normal. Aber apart von dem, ich habe nichts anderes gesehen. Diese schnelle Reaktion seiner Bodyguards war entscheidend. Der Reuter hatte Glück im Unglück, denn es war nicht nur eine erstklassige Klinik in der Nähe, sondern zufällig auch ein Vergiftungsexperte. Der stellte sofort die richtige Diagnose und rettete so De Reuters Leben. Subsequent tests that I had conducted by an independent forensic expert, again, because I was not satisfied with the way in which the police conducted the investigation, confirmed that not only did I have elevated cyanide levels, but also insecticide. Jetzt gab es keine Zweifel mehr. Er war ins Visier mächtiger Feinde geraten. Als Reaktion wandte er sich an einen unabhängigen Fernsehsender, um seinen zentralen Verdacht öffentlich zu machen. Das Interview schlug ein wie eine Bombe. Der Reuter musste auf der Stelle seinen Job quittieren. Er tauchte unter und verließ das Land. Eine Geschichte wie aus einem Mafia-Roman. Ein extremer Kontrast zur Euphorie von vor 30 Jahren, als im April 1994, nach dem Ende der Apartheid, die ersten freien Wahlen in Südafrika stattfanden. Die Befreiungsorganisation ANC erhielt fast zwei Drittel der Stimmen und Nelson Mandela wurde der erste schwarze Präsident des Landes. So help me go in. Vor allem Präsident Jacob Zuma, gewählt im Jahr 2009, verstand sein Amt hauptsächlich als Gelegenheit zur Bereicherung. Zusammen mit Angehörigen, Freunden und Geschäftspartnern. Mit den Brüdern Gupta und anderen Komplizen plünderte er Staatsunternehmen wie Eskom systematisch aus. Die Infrastruktur des Landes brach dadurch komplett zusammen. Landesweite Proteste zwangen den ANC schließlich dazu, Zuma 2018 als Präsidenten zu ersetzen. Sein Nachfolger Cyril Ramaphosa versprach einen radikalen Wandel. Doch Korruption hatte sich in der Zuma-Ära fest etabliert. Unternehmen wie Eskom waren durchsetzt mit korrupten Angestellten. André de Reuter, der 2019 hier Chef wurde, war zunehmend schockiert. Vor allem die Einkaufsabteilung der Firma war eine Schaltstelle für Korrupten. Sie genehmigte Rechnungen mit völlig überhöhten Preisen, an denen viele mitverdienten. Auch durch diese Art von Betrug ist Eskom komplett verschuldet. Die Kosten zahlt der Steuerzahler. Bis heute. Vor allem beim Beliefern der Kohlekraftwerke verschwinden Milliarden. Eskom's Kohlekraftwerke werden massiv beschädigt. Die Folge, fehlende Einnahmen und horrend hohe Wartungskosten. Die qualitativ hochwertige gestohlene Kohle landet nicht selten auch auf dem europäischen Markt, wo sie viel höhere Preise erzielt. Das weiß auch Kyle Cowan, einer der renommiertesten Investigativjournalisten des Landes. Kyle ist auf der Spur der gestohlenen Kohle. Wir können ihn bei seinen Recherchen begleiten. Es ist eine illegalen Kohle-Stock-Yacht, wo die Leute verabschieden wurden, von der Powerstation. Es ist nicht so, dass Eskom nicht das Problem ist. In Sichtweite eines Kraftwerkes wurde hier wenige Monate zuvor nachweislich Kohle umgetauscht. Auf neue LKWs umgeladen, zum Teil auch eine Weile gelagert. Völlig offen. Ich denke, das ist gut, Abner. Wir stoppen hier und dann können wir uns gehen. Kyle muss aufpassen. Er befindet sich unerlaubt auf Privatsphäre. Und es ist zweifelhaft, ob seine Nachforschungen gern gesehen werden. Hier ist es. Rocks. Jetzt können Sie es sehen. Wenn das ist, was sie zu der Powerstationen waren, können Sie verstehen, dass die Kohle-Mills, die das in der Köln-Klein, zu schrauben, in der Köln-Klein, bevor es in die Boilers fließt, sind nicht zu schrauben, um die Köln-Klein zu tun. Wenn Sie mit Köln-Klein in zwischen den Köln-Klein, das ist nur die Köln-Klein, Wenn der Umschlagplatz in Sichtweite des Kraftwerkes ist, dann ist Kyle das jetzt auch. Das ist ihm bewusst. Und doch sieht er sich noch weiter um. Kyle hat Glück. Wir sind zwar entdeckt, aber der Wachmann bleibt freundlich. Er gibt Kyle sogar die Telefonnummer des Geländebesitzers. Ein Glücksfall. Doch erst machen wir uns weiter auf die Spur der gestohlenen Kohle. Die Kraftwerke wurden größtenteils um Kohlenminen herumgebaut. Hier, etwa zwei Stunden östlich von Johannesburg, befindet sich das Kohlerevier Südafrikas. Seit über 100 Jahren wird das schwarze Gold im Tagebau gefördert. Kyle hat uns hierhin mitgenommen, weil er uns mehr über die Zusammenhänge des organisierten Kohleklaus zeigen will. Der Transport zwischen Mine und Kraftwerk ist eine Schwachstelle, die von Kriminellen genutzt wird. Deshalb notiert Kyle jeden Firmennamen der Kohletransporter. Er ist ein Kriminellen in Südafrika in Südafrika, die so-called Kohl-Mafia. And the transporting business of that coal, you know, also who sells the trucks to them, who maintains the trucks, all of that is part of that ecosystem. And for me, whenever I'm out here, to understand who the transport companies are that are actually still moving coal around the country is very important. Because one day I'll be able to build that puzzle and put it together and say, okay, these are the guys who've made the most money. Kyle gehört zum Investigativ-Team beim Nachrichtenportal News24 in Johannesburg. Hier macht er sich daran, die Ergebnisse seiner Recherchefahrt auszuwerten. Er ruft den Besitzer des Kohleumschlagplatzes an. Der Mann ist erstaunlich gesprächig und erzählt Kyle, dass die Polizei bei ihm war. Er war wegen des Kohlegeschäftes auch mehrfach vorgeladen, aber jedes Mal wurde der Fall wieder eingestellt. Das ist nicht ungewöhnlich in Südafrika. Vieles wird aufgedeckt, aber es gibt keine Konsequenzen. Hm, das ist interessant. It's really quite interesting, because it's been almost exactly 12 months since the police raided this property. And there still haven't been any further arrests. Und wer keine Konsequenzen fürchten muss, der schreckt vor nichts zurück. Im Falle von Eskom kommen immer wieder neue Formen von Korruption und Betrug ans Licht. Zum Beispiel mit Brennstofflastern, was eines Tages einem Kraftwerksmanager auffiel. To his surprise, he noticed that the truck didn't offload. And he just went round the power station and went through security again. Of course, every time that you go through security over the Weybridge, you are able to present your invoice for payment. So, if you do this two or three or four times a night, you get paid three or four times for a volume of fuel that you never deliver. The truck driver, they noticed that Mr. Mometja was following him. And he started to race away as fast as he could. I mean, this is really like a bad movie. The power station manager and his car following this truck to see where he was going. And eventually he succeeded in stopping next to this guy. And he asked the truck driver, so where are you going. And this truck driver then admitted that he was taking the fuel well somewhere else. Viermal abkassieren und nichts dafür liefern. The Reuters schätzt, dass Eskom durch solche Betrügereien mindestens 50 Millionen Euro verloren hat. Pro Monat. Wer da nicht mitspielt, lebt gefährlich. Begünstigt wurde die Bildung der korrupten Strukturen bei Eskom und anderen Staatsunternehmen, ausgerechnet durch Gesetze, die altes Unrecht aus der Apartheid-Ära ausgleichen sollten. Das war gut gemeint, wurde aber hemmungslos ausgenutzt. Nicht nur bei Eskom. South Africa has this policy of black economic empowerment, which essentially means that you as a state organ buy on a preferential basis from black-owned entities. You cannot buy from a white-owned company or from a European company. This is in the name of economic transformation. Now, if you are clever, what you do is you set up a front company. You set up a middleman. Ein Mittelsmann also, der nur in der Lieferkette auftaucht, um einem Geschäft den staatlich gewünschten Anstrich zu sichern. In einer solchen Funktion kann man märchenhafte Gewinne machen. Ohne dafür viel zu tun. Einzige Voraussetzung, man sollte schwarz sein und gute Kontakte haben. Am besten in die Politik. The one lady who was allegedly involved in this was a senior person in our procurement team. And on an evening in a local pub, she was heard to say, if this field oil comes through, I can finally retire. The total value that we estimate was funneled just on this one contract was in the order of about 20 million Euro. The company in question that made these transactions was also a donor to the African National Congress, which of course did not hurt its cause. Der Reuter zeigte diese Einkäuferin an und stornierte die Verträge der Firma, in der sie stille Teilhaberin war. Die Antwort kam prompt. Denn schließlich gefährdet die Korruption die Lebensbedingungen aller, besonders in den Townships des Landes. Die Juristin Tuli Madonsela, Heeraufnahmen von 2016, ist die Pionierin im Kampf gegen Korruption. Sieben Jahre lang war sie die nationale Ombudsfrau Südafrikas. Bis heute gilt sie als Volksheldin, vor allem bei den Armen, denn sie nahm ernsthafte Ermittlungen gegen die kriminelle Ausplünderung des Staates auf. Madonsela stammt aus Soweto vor den Toren Johannesburgs und nahm als Schülerin hier am Kampf gegen die Apartheid teil, als Mitglied des ANC. Bei ihren Ermittlungen deckte sie auf, dass die hohe Politik eben dieser ANC in die systematische Korruption verstrickt war, allen voran der damalige Präsident Jacob Zuma. Und sie prägte den Begriff für diese kriminellen Machenschaften. Statecatcher, Kaperung des Staates. I think using the term hijacking is the most perfect way of describing state capture. It's when private individuals hijack levers of the state and repurpose them as instruments for their own commercial and other interests. All right. Nach Madonselas Bericht wurde eine Untersuchungskommission unter Vorsitz des Richters Raymond Sondo eingesetzt. Vier Jahre lang wurden alle Bereiche von Statecatcher untersucht. Vor allem Behörden und Staatsbetriebe wie ESCOM, die Eisenbahn und die nationale Fluglinie. Auch Präsident Zuma wurde vorgeladen. Der schob alles auf eine angebliche weiße Verschwörung. Wenn die white-community kam in großen Nummern, Zuma muss gehen. Was hat er getan? Niemand kann sagen. Er ist korrupt. Was hat er getan? Niemand. Im Juni 2022 veröffentlichte die Kommission ihren Abschlussbericht. Insgesamt über 5000 Seiten. Zumas korruptes Verhalten wird auf allen Ebenen nachgewiesen. Die Begünstigung von Angehörigen, Geschäftspartnern und Parteifreunden im ANC. Das ist noch keine rechtlich gültige Verurteilung, aber jetzt sind alle Fakten bekannt. Ohne Tuli Madonsela wäre das nicht möglich gewesen. Sie machte sich damit viele Feinde. Aus Sicherheitsgründen verließ Madonsela für einige Jahre das Land. Sie ist davon überzeugt, dass das Kapitel State Capture noch lange nicht abgeschlossen ist. Auch Kyle Cowan und seine Kollegen bei News24 haben daran keine Zweifel. Fast jeden Tag wird hier noch über korrupte Machenschaften beim Stromversorger Eskom berichtet. Kyle hat eine Telefonnummer zugespielt bekommen. Sie soll der ehemaligen Eskom-Einkäuferin gehören, die einen 20 Millionen Euro Öldeal einfädelte und von der Reuter ertappt wurde. Hallo, Sandy. Hi, Ms. Mara, it's Kyle Cowan from News24. How are you? I'm well, thank you. How are you? Good, thank you. It's been a while since I've tried to call you. And I would like to just follow up with you whether you'd be willing to talk a little bit more about Econ Oil and Eskom now. Natürlich gibt die Dame keine Geheimnisse preis. Sie hat Eskom mutmaßlich einen immensen Schaden zugefügt und ist davongekommen. Ohne Konsequenzen. She just wants to move on with her life, bearing in mind that Eskom is still fighting with Econ Oil for about 1.2 Billion Rand that they claim was overpaid to this company. She's not facing any consequences. Her pension hasn't been taken away from her. She hasn't been criminally charged. She hasn't been civilly held liable. There's just nothing happening against her. And what she neglects to say is that in the days when these charges were going to be put in front of her, she just left. She resigned. And she left Eskom and now she can just get away with it. Das korrupte Netzwerk bei Eskom scheint nach wie vor zu funktionieren. Es wird offenbar immer noch gedeckt. Auf höchster politischer Ebene. Selbst die mutwillige Zerstörung von kritischer Eskom-Infrastruktur hat System. Auch hier verdient jemand, der neues Material liefert, Reparaturarbeiten macht und völlig überhöhte Rechnungen stellt. All das geht auf Kosten der Bevölkerung, die mit fast täglichen Stromabschaltungen leben muss. Vor 30 Jahren machte Eskom Milliarden Gewinne. Heute hat der Konzern über 20 Milliarden Euro Schulden. Auch durch Sabotage. Bei der renommierten Sunday Times beschäftigt man sich ebenfalls nach wie vor mit den Betrügereien bei Eskom. Sabelo Skiti ist der Investigativreporter der Zeitung. Er ist sich sicher, dass der Staatskonzern immer noch ausgeplündert wird. Sabotage inside Eskom ist direkt zu Firmen, die werden von es benötigt werden. Wenn man Procurement auf die Power Stations verabschiedet hat, hat man Procure ist mit einem Komitee von weniger als 10 Leuten in der Power Station. Und dann haben Sie auch die Leute, die politisch verbunden sind. Sabelo nimmt uns mit zu einer Recherche. Etwa zwei Stunden südlich von Johannesburg. Es ist ein Teil der Geschichte, die ich auf lange Zeit gearbeitet habe. Es ist eine Investition in die Syndikaten, das eine von vielen, die literally milken Eskom dry. Diese Leute haben sich in der Lage gehalten, was wir als Ghost-Vendung-Machines. So wie es in Europa Prepaid-Handy-Daten gibt, gibt es in Südafrika auch Prepaid-ASCOM-Strom. Man kauft eine bestimmte Menge Strom und bekommt einen Nummerncode, um den Strom freizuschalten. Einzelne kriminelle Syndikate sind an die Geräte gekommen und an die Software, die die Nummerncodes generiert. Damit verkaufen sie Strom zu Schleuderpreisen auf dem Schwarzmarkt. Sabelo hat ein abgelegenes Guesthaus angemietet, um vertrauliche Gespräche führen zu können. Dort treffen wir einen Privatdetektiv, der früher für ESCOM intern ermittelte. Tell me about how you managed to infiltrate these Syndikates and make the kind of sources that these guys are. We ended up finding who are the mastermind, where are the machines kept, and how the Syndikates operate. But it was not an easy exercise. But the guys who were involved in doing that, they are the ESCOM, Customer Care, the IT guys. It seems that everything in this entire chain actually swings around back to ESCOM. Because the understanding is that even for the maintenance side of it, and to actually get these machines kick-started and going, you need an ESCOM technician to be there. Definitely you do. And this is actually, I call it an economic sabotage. Because at the end of the day, ESCOM cannot collect revenue. So these particular guys will say they are running their own parallel ESCOM. Sabelo kann auch mit einem Mitglied dieser kriminellen Syndikate sprechen. Der Mann ist einverstanden, dass wir dabei sind und filmen, aber sein Gesicht dürfen wir nicht zeigen. ESCOM says they lose between 125.000 Rand to 250.000 Rand in one day. Es geht also um einen viel größeren Schaden für ESCOM und um unvorstellbare Gewinne für die kriminellen Syndikate. Und dieser Markt, so sagt uns der Informant, wird mit allen Mitteln verteidigt. Auch Investigativreporter wie Sabelo oder Kyle Cowan leben in Südafrika gefährlich. Sie sind schon oft bedroht worden und nehmen das sehr ernst. Denn sie wissen, dass jeder, der über Korruption aufklären will, ein großes Risiko eingeht. Diese Geschichte lässt Kyle seit Jahren keine Ruhe. Er fährt mit uns zum Tatort, außerhalb Johannesburgs, und erzählt, was er über den Fall weiß. Es kam ein paar Kollegen zu 10 Tage zu finden, nachdem sie gesehen haben, nachdem sie aus der Office gesehen haben. Das war an ESCOM property. Die They found her inside the office, inside some bags. She'd been murdered. It emerged later that she'd actually been strangled and hit over the head. You know, it's quite a sad story, because she was young, she was in her twenties, and her family has never really received answers. There is some speculation that Temisili was about to reveal an illegal copper theft syndicate that this other ESCOM employee was allegedly involved in. No evidence has obviously ever been forthcoming of the syndicate or anything like that because if she did have that information it may have died with her. It's one of those difficult examples of how bad things happen around ESCOM people and it sort of just never goes anywhere. If you try and speak up, if you try and get the police involved and even then there may be little hope. Even if the police are involved. It's much easier for these well wealthy well connected individuals to simply have you murdered and that way they can carry on stealing and very quickly because there are so many murders in South Africa your story may be forgotten. Der Mord an Tembecile Yende wurde als Unfall deklariert. Alle Spuren führten zu ESCOM. Zwei Jahre danach wurde André de Reuter Chef des Unternehmens. Um das gesamte Ausmaß der kriminellen Unterwanderung herauszufinden, beauftragte er private Ermittler. It clearly indicated that there were at least four different crime cartels operating in ESCOM. These crime cartels were very organized, they were very structured, they had links into ESCOM power stations. The criminals lived a very good life on the back of the money that they stole. They had rituals where they would enter their meetings and wash their hands in 15-year-old whiskey just to show that, you know, they had money to spare. They had a preference for driving around and exotic sports cars. Was im System ESCOM über Jahre zugelassen worden war, nannte de Reuter im Fernsehinterview nach dem Giftanschlag auf ihn klar beim Namen. Ein massiver Vorwurf auch gegen die Politik bis hin zur Regierung. Der ESCOM-Chef der Reuter ging damit ein beträchtliches Risiko ein. I was told by my security advisors that there was an elevated threat to my life and that if possible I should try and leave the country as quickly as I can. Nach seinem vergifteten Cappuccino wusste der Reuter jetzt, womit er rechnen musste. In einem Johannesburger Vorort hatte er seine Flucht schon vor dem Interview geplant, wie uns sein Schulfreund und juristischer Berater Clive van der Spoij erzählt. We arrived at the airport here in Johannesburg and from here flew with a private jet to Cape Town where under strict private security we ended up in a safe house. I had no idea where we were and their arrangements were made for him to go to the airport minutes before the gates open to book in and disappear to, it turns out, the United States. And so he was very paranoid at that point and with hindsight I think maybe with good reason. Wearing my dog glasses and my baseball cap that was the extent of my disguise unfortunately. I know that people say maybe he overreacted but subsequent events have shown that probably he didn't. Nach der Reuters-Interview und seinem Untertauchen herrschte in der Eskom-Zentrale Aufruhr. Schnell wurde ein Nachfolger ernannt und ebenso schnell wieder verabschiedet. Interimschef wurde dann der langjährige Finanzchef Kaleb Kassim. Er betont ein neues Problembewusstsein. Demonstrativ wird bei Eskom jetzt zu Hinweisen auf Betrug und Korruption aufgerufen. Aber es bleibt offen, wer die möglichen Whistleblower im Ernstfall schützen soll. Not at all. Not at all. I mean, right now we are a couple of weeks away from when Eskom was actually trying to hunt a whistleblower. We've got many instances where whistleblowers were being killed. In fact, three weeks ago two witnesses were gunned down inside the premises of a magistrate's court. Kriminalität, Korruption und ganze Stadtteile, die regelmäßig im Dunkeln liegen. Im Jahr 2023 dauerten die Stromabschaltungen bis zu zwölf Stunden am Stück. Was bedeutet das für die Menschen des Landes? Wir begleiten einen Immobilienmakler. Seit einiger Zeit verkauft er zunehmend Häuser von Menschen, die das Land verlassen. Ein Anwesen im Naherholungsgebiet nur eine Stunde außerhalb der Millionenstädte Johannesburg und Pretoria. In einem kleinen, privaten Naturreservat. Ein Traum. Doch durch die Krise im Land hat es dramatisch an Wert verloren. Und das entspricht dem generellen Trend in Südafrika. Der Immobilienhändler hat derzeit viele Häuser von Auswanderern im Angebot. Das gibt ihm einen guten Einblick, wer genau das Land verlässt. Ich finde, das Mittelsen von den höheren Net-Worten zu verlassen. Es könnte sein, dass die Unternehmen in verschiedenen Ländern aber die meisten Südafrikaner verlassen. Aber die meisten Südafrikaner können es sich gar nicht leisten, das Land zu verlassen. In den vielen Townships sind die Folgen der Stromkrise besonders spürbar. Allein 2023 wurden dadurch über 650.000 Arbeitsplätze vernichtet. Kleinunternehmer wie Friseure und Bäcker haben durch die Stromausfälle heftige Einbußen oder sind bankrott gegangen. Ende 2022 lag die Arbeitslosenquote schon bei knapp 33 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar über 60 Prozent. Bongani Mabusa schlichtet gerade einen Streit in seiner Straße, im Township Katlehong, außerhalb Johannesburgs. Er mag das Lebensgefühl hier. Katlehong ist seine Heimat. Der Alltag ist hart, oft voller Kriminalität, Drogen und Gewalt. Aber man kennt sich und hält zusammen. Mabusa hat in seinem Leben schon viele Geschäftsideen gehabt. Die Stromkrise macht ihm aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. I started a bakery business where I was distributing bread in the community. But I mean due to a variety of issues, you know. One, load shedding. My business was affected. Now and then would make a lot of losses, baking the bread. So we had to diversify. Im Klartext, die Bäckerei musste schließen. Wegen Eskom. Bongani und seine Frau mussten sich etwas suchen, bei dem sie weniger abhängig vom Strom sind. Heute haben sie einen kleinen Kiosk samt Lieferservice, bei dem auch viele Arbeitslose aus der Nachbarschaft mitarbeiten können. Wegen der allgegenwärtigen Kriminalität brauchen sie aber auch dafür Strom. We use a money drop safe, you know, so that our guys are safe and they don't handle a lot of cash. They don't get to experience a lot of robberies. So the local criminals know that, hey, look, this guy doesn't keep any money on him. But if there's load shedding, then maybe then we have to turn away customers or we have to close, so that, you know, we don't pose a risk for our people who might have to handle a lot of cash. Die Stromabschaltungen sollen 2024 stark zurückgehen, verspricht die Regierung. Kaum jemand hier glaubt daran. Auch am anderen Ende des Landes, in den Weinbaugebieten bei Kapstadt, hat die Stromkrise bleibende Spuren hinterlassen. Winzer haben massive Einbußen erlitten. Sie sind auf regelmäßige Stromversorgung angewiesen, für Bewässerungssysteme, Kühlaggregate, Abfüllmaschinen und mehr. All das war in Gefahr. Paul Klüver betreibt sein Weingut und die Obstplantage in vierter Generation. Zu Beginn der massiven Stromausfälle vor zwei Jahren konnte er, wie viele gutverdienende Unternehmer im Land, noch mit großen Dieselgeneratoren gegensteuern. Er rettete die Ernte der Saison und hielt den Betrieb am Laufen. Doch bald wurde klar, dass die Stromausfälle kein vorübergehendes Problem darstellten. Über Nacht würden sie nicht wieder verschwinden. In einem Land mit so vielen Sonnentagen lag die Lösung nah. Klüver investierte massiv in Solarenergie, um sich vom ESCOM-Strom unabhängig zu machen. Finanziell war das nicht ganz einfach. Paul Klüver fand Wege, sich und seinem Weingut zu helfen. Ein riesiger Akku steht jetzt neben dem Generator, der nur noch im Notfall zum Einsatz kommt. Immer wenn ESCOM und Solarstrom fließt, lädt sich der Akku auf. Wir haben 230 Kilowatt-hours von Batterien. Das wird, in den letzten paar Jahren mit der Solarstrom-Strom unabhängig zu machen. Wir sollten eine 4-hours-Low-Shedding mit dem Generator starten. Und das ist die ganze Idee. Denn die Generator sind jetzt ein Backup. In den letzten paar Jahren viele Generator haben wir verloren, weil sie nicht ein Backup waren, sondern ein Necessity. Und das ist das, warum sie verloren. Es gibt also auch Gewinner, die das Versagen des Stromriesen ESCOM nutzen. In Kapstadt ist die Firma entstanden, die Paul Klüvers Stromspeicher produziert hat. Das Startup-Unternehmen hat schon umliegende Lagerhallen aufgekauft, um weitere Produktionsflächen zu schaffen. Außerdem baut man noch eine ganze Fabrik und expandiert nach Europa. Hier entstehen riesige Akkus, die Strom aus erneuerbaren Energien für einzelne Haushalte oder ganze Shoppingmalls speichern können. In dieser Entwicklung liegt eine große Chance. Es gibt konkrete Pläne, das Monopol von ESCOM aufzuheben. Viele neue, kleine Energieversorger sollen entstehen, hauptsächlich mit Erneuerbaren. Das Netz, durch das der Strom von der Produktion zum Verbraucher fließt, soll allerdings bei ESCOM bleiben. Hilfe bei der Umstellung von Kohle auf erneuerbare Energien kommt aus dem globalen Norden. Deutschland, Frankreich und andere westliche Staaten stellen insgesamt 10 Milliarden Dollar dafür bereit. Ein wesentlicher Partner dabei wäre immer noch ESCOM. In Berlin schmiedet man große Pläne. Wir als europäischer Nachbar des afrikanischen Kontextes müssen ein Interesse daran haben, Südafrika zu helfen bei diesem Prozess in eine bessere Zukunft. Das wird schwierig sein. Wenn man heutzutage ein großes Projekt mit ESCOM abschließt, dann muss jeder, der das finanziert von außen, höchst wachsam sein, was mit dem Geld passiert. Und ich habe aber keine Zweifel, dass diese Nachricht überall angekommen ist. Das heißt, wenn man so ein großes Projekt mit einem Partner wie ESCOM macht, dann wird man genügend Kontrollinstrumente einführen, um zu verhindern, dass da Geld verschwindet. Zuständig auf deutscher Seite ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Staatssekretär Jochen Flassbart, einer der Initiatoren des Projektes, weiß, dass kein Weg an ESCOM vorbeiführt. Niemand kann bestreiten, dass die Zusammenarbeit in einer Energiewende mit Südafrika, mit einem quasi-Monopolisten ESCOM, eine besondere Herausforderung ist. Das sind auch Politikreformen, ein ganz zentrales Element dieser Partnerschaften, ohne die es, ehrlich gesagt, auch wenig Sinn machen würde, in die Zukunft zu investieren, wenn man nicht das auf der Basis von vernünftigen Politikreformen tut. Tatsächlich haben in Südafrika mittlerweile viele den Wunsch nach Veränderungen. Auch Akulile Notiwala, ein Nachwuchspolitiker. Er möchte einen Neuanfang, weg von den korrupten Strukturen der ANC-dominierten Jahre. Der Slogan seiner jungen Partei lautet, 2024 ist unser 1994. 30 Jahre nach der historischen Wahl von Nelson Mandela hofft man auf einen neuen Aufbruch. Ich fühle mich, dass die Leute eine Alternative suchen haben. Deshalb machen wir solche Dinge, weil wir neu sind. Und nicht jeder hat uns über uns gesehen oder gehört. Wir versuchen, viel mehr junge Leute zu wählen und zu wählen. Das ist unser Zukunft. Dafür wird die neue Partei Rise Mzansi bei den Wahlen in diesem Jahr antreten. Die jungen Aktivisten und Freiwilligen wollen sich ihr Land zurückholen, die Plünderung und die Ausbeutung beenden. Im Township Kajelitscha, eigentlich eine Hochburg des ANC, machen sie auf sich aufmerksam. Das ist ein sehr vibriertes Ort, ein sehr vibrantes Ort. Primärlich für Black South Africans, Black middle-class, die einfach haben zu haben, nach der Arbeit. Wir machen auch was wir nennen, organisieren durch Joy. Und so, was wir machen, muss nicht so sein. Es ist sehr großartig. Es ist Spaß. Es gibt receptivität in terms der Leute, die sich mit uns engagieren. Wir brauchen auf jeden Fall als Anwalti. Wir können uns dasentaal. Wir brauchen die wichtig, dass wir uns anwaltend sein. Wir müssen uns stattfinden. Wir brauchen unsere Vinsonnis. Das ist unsere Vizion und unsere Versuche. Wir haben eine gewaltt und wir werden, eine gewaltt und wir die eighthmöglichkeit gewaltt. Wir brauchen unsere Verhalten und wir allen Wahlen. So that we get people to have the power to remove people that are corrupt, to remove people that abuse power. Es soll also endlich Konsequenzen geben. Denn dies scheint die einzige Möglichkeit, State Capture, die Kaperung des Staates, zu überwinden. Die Hoffnung ist groß, dass dies 2024 beginnen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017